Heute, Leute, werde ich euch sagen, wann der neue Brawler Squeak kommt. Meine Theorie ist, dass der neue Brawler Squeak am... kommen wird. Das könnte auch so gewesen sein. Und auf jeden Fall, ich denke, Leute, dass der neue Brawler Squeak am... kommen wird. Leute, jetzt gerade ist der Brawler noch nicht draußen und wir haben schon den 23. April. Und es könnte sein, dass der Brawler Squeak am... kommen wird. Weil vielleicht haben die das extra so gemacht, also Supercell, dass der neue Brawler Bail am April kommt und der Brawler Squeak am... Jo, Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute, Leute, werde ich euch sagen, wann der neue Brawler Squeak kommen wird. Und erst mal, Leute, bevor wir mit dem Video beginnen, meine beiden Mythen-Videos, die ich bis jetzt hochgeladen habe, haben auf jeden Fall gestimmt, Leute. Deswegen auf jeden Fall lasst dafür gerne ein fettes Like da auf jeden Fall. Das ist mega, mega krass, dass meine Mythen einfach gestimmt haben. Wie ihr wisst, habe ich ja auch nur zwei Mythen-Videos gemacht. Deswegen ist es auch mega, mega krass auf jeden Fall, dass einfach die Mythen am Stimmen waren. Und ja, Leute, ich würde einfach sagen, wir labern gar nicht so viel rum. Wir beginnen auf jeden Fall auch mal direkt. Und, Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, wie gesagt, damit ihr mehr sind, wie euch das wiedersehen wollt. Und, Leute, nebenbei, ich wollte nochmal kurz erwähnen, da ich jetzt keine Live-Streams mehr machen kann, werde ich probieren, öfter auch Videos jetzt hochzuladen. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir beginnen dann auf jeden Fall mal direkt mit dem Video. Und zwar, Leute, jetzt kommen wir zum Thema Squeak. Und zwar, Leute, meine Theorie ist, dass der neue Brawler Squeak am Mai kommen wird. Den genauen Datum werde ich euch noch auf jeden Fall sagen. Aber, Leute, wie gesagt, es ist nur eine Theorie. Es muss nicht alles stimmen. Und ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, ich sage euch mal, wann der neue Brawler Squeak kommen wird. Und zwar, Leute, der neue Brawler Squeak ist, wie ihr wisst, mythisch. Und er wird höchstwahrscheinlich am Mai kommen. Denn, Leute, jetzt gerade ist der Brawler noch nicht draußen. Und wir haben schon den 23. April. Und es könnte sein, dass der Brawler Squeak am Mai kommen wird. Weil vielleicht haben die das extra so gemacht, also Supercell, dass der neue Brawler Bail am April kommt und der Brawler Squeak am Mai kommt. Das könnte auch so gewesen sein. Und auf jeden Fall, ich denke, Leute, dass der neue Brawler Squeak am 1. Mai kommen wird. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum am 1. Mai? Warum sollte er am 1. Mai kommen? Vielleicht kommt der Brawler am 1. Mai. Wahrscheinlich, weil da schon, also am 1. Mai ist ja, wie soll man sagen, neuer Monat. Und vielleicht könnte da auf jeden Fall auch der Brawler kommen. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, Leute. Das ist, wie gesagt, nur eine Theorie. Und auf jeden Fall, Leute, meine Theorie ist, wie gesagt, dass der neue Brawler Squeak am Mai kommt. Also direkt am 1. Mai auf jeden Fall. Und der Brawler, ja, der wird auf jeden Fall, wie gesagt, am Mai kommen. Er ist müthig. Und er wird auch im Shop zukommen. Also, ja, er wird auch im Shop sein, dass man sie sich holen kann. Und, ähm, ja, auf jeden Fall, Leute. Sonst war es das eigentlich auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr ja, lasst gerne einen Like, Abonnier, nicht vergessen, Leute, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und, ja, Leute, ich würde sagen, auf jeden Fall, das war es mit dem Video, ne? Ciao, ciao.